Guten Morgen. Lachen hilft. Eine Rentnerin geht zum Arzt und sagt ihm, Herr Doktor, Herr Doktor, bitte, Sie müssen mir das Stiegensteigen wieder erlauben. Das ewige rauf und runter auf der Dachrinne macht mich fix und fertig. Genial. Also, Lachen hilft, spenden auch. Schaut beim Pierre Koniewerk vorbei. Auf lachenhilft.at